Der deutsche Soziologe Max Weber machte zeitlebens die Beobachtung, dass sich der Kapitalismus vor allem in der westlichen Hemisphäre als die vorherrschende Wirtschafts- und Gesellschaftsform etablierte. Durch seine sozialwissenschaftlichen Untersuchungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts gelangte er zu dem Schluss, dass die Ursache hierfür auf die besondere Form der Lebensführung westlicher Gesellschaften zurückzuführen sei, die vor allem durch Rationalität geprägt ist. Aber warum ausgerechnet hier, warum im Okzident und nicht in China, Ägypten oder Indien? Welche Verkettung von Umständen hat dazu geführt, dass gerade auf dem Boden des Okzidents und nur hier Kulturerscheinungen auftraten, welche doch, wie wenigstens wir uns gern vorstellen, in einer Entwicklungsrichtung von universeller Bedeutung und Gültigkeit lagen? Die Antwort auf diese Frage bekommt ihr in diesem Video. Weber wurde am Ende des 19. Jahrhunderts geboren, also zu Beginn der zweiten industriellen Revolution. Deutschland wandelte sich in dieser Zeit fundamental. Beispielsweise gab es zahlreiche Entdeckungen im Bereich der Chemie. Elektrizität erreichte immer mehr Menschen, Arbeitsabläufe wurden mehr und mehr durch Maschinen unterstützt und wirtschaftliche Güter konnten in Massen produziert und gehandelt werden. Aber nicht nur Deutschland wurde von dieser Entwicklung erfasst, sondern auch andere Großmächte wie Amerika, Frankreich oder Großbritannien. Wie wir alle ist auch Weber ein Kind seiner Zeit. Er beobachtet, was um ihn herum passiert, denkt intensiv darüber nach und stellt sich Fragen. Was macht eine solch fundamentale industrielle Veränderung mit den Menschen, mit der Art und Weise, wie sie ihr Leben führen? Ich denke mal, eins ist klar, auch ohne dass man sozialwissenschaftliche Untersuchungen anstellt. Spurlos geht sowas an den Individuen in einer Gesellschaft nicht vorüber. Zwar hat Weber zu den Auswirkungen der Großindustrialisierung auf die Lebensführung geforscht. Interessanterweise ist die Fragestellung, die für ihn eine wesentlich größere Bedeutung hat und die auch den Kern der protestantischen Ethik ausmacht, die genau umgekehrte. Nicht der Einfluss der Großindustrialisierung auf die ethische Lebensführung, sondern der Zusammenhang zwischen ethischer Lebensführung und Kapitalismus steht im Mittelpunkt von Webers Interesse. Aber der Reihe nach. Weber untersucht Gesellschaften im Orient und im Okzident und findet interessante Unterschiede. Offenkundig ist natürlich, dass der Okzident industriell aufrüstet und dass die Wirtschaftsordnung dieser Länder eine kapitalistische ist, während Industrialisierung und Kapitalismus im Orient keine Rolle spielen. Der zentrale Unterschied zwischen den beiden Hemisphären ist für Weber jedoch ein anderer. Anders als im Orient hat sich im Okzident eine spezifische Rationalität herausgebildet. Weber belegt dies anhand einer Reihe von Beispielen aus den Bereichen Wissenschaft, Kunst, Architektur und Musik. Dazu nur ganz kurz, im Okzident ist die Wissenschaft methodisch-systematisch. Der Musik wird mit den Noten ein rationales Symbolsystem zugrunde gelegt und in der Architektur finden wir eine ständige Steigerung der Komplexität durch die rationale Berechnung der Statik. Im Orient ist es nicht oder wenigstens nicht in dieser Ausprägung so. Weber sieht nun einen kausalen Zusammenhang zwischen der okzidentalen Rationalität und dem, was er unter modernem Kapitalismus versteht. Er sagt, Erwerbstrieb, Streben nach Gewinn, nach Geldgewinn, nach möglichst hohem Geldgewinn hat an sich mit Kapitalismus gar nichts zu schaffen. Dies Streben fand und findet sich bei Kellnern, Ärzten, Kutschern, Künstlern, Kokotten, bestechlichen Beamten, Soldaten, Räubern, Kreuzfahrern, Spielhüllenbesuchern, Bettlern. Man kann sagen, by all sorts and conditions of man, zu allen Epochen aller Länder der Erde, wo die objektive Möglichkeit dafür irgendwie gegeben worden ist. Es gehört in die kulturgeschichtliche Kinderstube, dass man diese naive Begriffsbestimmung ein für allemal aufgibt. Diese Aussage ist vielleicht im ersten Moment erstaunlich, weil sind nicht gerade Aspekte wie Erwerbstrieb und das Streben nach möglichst hohem Geldgewinn, also das, was Weber da so vehement vom Kapitalismusbegriff abgrenzt, dessen zentrale Elemente? Weber ist da offensichtlich anderer Meinung und der Grund, mit dem er sich gegen ein solches Verständnis wehrt, ist ziemlich einleuchtend. Erst die okzidentale Rationalität macht den modernen Kapitalismus möglich. Ergo ist der Kapitalismus rational. Es kann also nie um irrationale Erwerbsgier gehen, allenfalls um deren rationale Bändigung. Weber sagt, der Kapitalismus ist, identisch mit dem Streben nach Gewinn im kontinuierlichen, rationalen, kapitalistischen Betrieb. Nach immer erneutem Gewinn. Nach Rentabilität. Für Weber ist der moderne Kapitalismus somit gleichzusetzen mit Rentabilität. Hier mal ein kurzer Einwurf. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass sich Webers Kapitalismusbegriff in einem Spannungsfeld bewegt. Eine Spannung zwischen Rationalität und Irrationalität. Ich meine, es geht hier gerade um Rentabilität. Wir bewegen uns also im Bereich des Rechnungswesens. Und wenn Rechnungswesen nicht rational ist, dann weiß ich auch nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich unter dem Gesichtspunkt der Rentabilität einfach immer nur nach Gewinn strebe, ohne dass ich dabei mal an mich, an meine persönlichen Bedürfnisse denke, dann verkommt der ganze Prozess zum Selbstzweck. Und das ist dann natürlich wieder irrational. Ob nun etwas rational oder irrational ist, ist wohl auch sehr abhängig von der Perspektive, die man einnimmt. Eine ganz tolle Anekdote von Heinrich Böll, die mir dazu gerade einfällt, ist die zur Senkung der Arbeitsmoral. Sehr passend zum Thema, ganz bildlich und kurz, also bitte auf jeden Fall lesen. Gelderwerb aus purem Selbstzweck heraus zu betreiben und den eigenen Genuss weit hinten anzustellen, wie man spricht sogar von einer strengen Vermeidung, also sich echt überhaupt nichts zu gönnen, das geht ja schon irgendwie komplett gegen die menschliche Natur. Diese Selbstgeißelung funktioniert nur deshalb, weil die Menschen im Okzident vom Geist des Kapitalismus durchdrungen sind. Er ist der Motor der kapitalistischen Lebensführung der Menschen im Okzident, indem er ihnen, natürlich im übertragenen Sinne, sagt, was sie tun sollen. Und der Geist, der sagt sowas wie, reinvestiere deinen Gewinn, um die Rentabilität dessen, was auch immer du tust, weiter zu steigern. Woher um alles in der Welt kommt es? Weber sieht eine Verbindung zwischen dem Geist des Kapitalismus und der zur damaligen Zeit weit verbreiteten protestantischen Berufsethik. Er schreibt dem magischen bzw. religiösen und damit irrationalen Glauben einen großen Einfluss auf die rationale Lebensführung zu. Das schauen wir uns noch genauer an. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber als ich klein war, hat mir meine Oma immer gesagt, der liebe Gott, der sieht alles. Wenn ich brav bin, also zu Lebzeiten nicht sündiger, dann komme ich in den Himmel. Was mit meiner Seele im Jenseits geschieht, liegt nach diesem Verständnis in meiner eigenen Hand. Beim Calvinismus, das ist eine Unterform des Potentatismus, die Weber als Beispiel weht, wird ein anderer Glaube gelebt. Schon bevor der Calvinist geboren wird, steht das Schicksal seiner Seele fest. Ob die Lebensführung nun fromm ist oder nicht, hat auf diese Vorbestimmung keinen Einfluss. Ich stehe hier also meinem Schicksal machtlos gegenüber. Und diese Ohnmacht ist es nun, die die Lebensführung der Betroffenen prägt. Menschen haben verschiedene psychologische Grundbedürfnisse. Dazu zählt unter anderem das Bedürfnis nach Kontrolle. Stellt euch doch mal vor, ihr wärt im Calvinistischen Glauben aufgewachsen und wüsstet nicht, ob eure Seele auserwählt ist oder nicht. Euer Leben wäre von Zweifel durchdrungen. Das hätte natürlich massive Auswirkungen auf die Psyche und wenn man nicht in eine tiefe Depression stürzen möchte, dann muss man versuchen, die Zweifel irgendwie zu minimieren. Wie kann diese Zweifelminimierung besser gelingen als mit einer gottgefälligen Lebensführung, bei der man sich selbst und anderen beweist, dass man zu den Auserwählten gehören muss, natürlich ohne das jemals genau wissen zu können. Diese Lebensführung beinhaltet vor allem zweierlei, nämlich fleißig zu sein, zum Beispiel bei der Ausübung des Berufs, und eigene Begierden und Laster streng zu disziplinieren. Seht ihr die Parallelen zwischen dem asketischen Protestantismus und dem Geist des Kapitalismus? Beide Bereiche stehen unter dem Vorzeichen der Rentabilität, und zwar im Sinne einer Minimierung der Zweifel im einen und einer Steigerung des Profits im anderen Fall. Somit ist die Religion eine zentrale Voraussetzung für die Entstehung moderner Gesellschaften, oder etwas genauer, die protestantische Ethik ist eine notwendige Ursache für die Entstehung des modernen Kapitalismus. Und an der Stelle würde Weber mit Sicherheit widersprechen. Diese Annahmen, die Weber im Übrigen gerne in den Mund gelegt werden, hat er selbst in dieser Kausalität nie formuliert. Im Gegenteil, er sagt, der Kapitalismus als Wirtschaftssystem ist kein Erzeugnis der Reformation. Dagegen spricht schon, dass gewisse wichtige Formen kapitalistischen Geschäftsbetriebs notorisch erheblich älter sind als die Reformation. Natürlich gibt es für Weber einen Zusammenhang zwischen der protestantischen Ethik und dem Geist des Kapitalismus. Aber der ist nicht monokausal. Wenn ihr mehr über Max Weber erfahren wollt, dann werft auf jeden Fall einen Blick in das Einführungsvideo zu seiner Soziologie. Außerdem habe ich euch noch ein Video zu Emil Durkheim verlinkt. Die Theorie des französischen Soziologen ist mit Blick auf Weber deswegen interessant, weil er sie zum einen, wie Weber auch, um die Jahrhundertwende, also zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert entwickelt hat und damit auch durch den industriellen und gesellschaftlichen Wandel geprägt wurde. Außerdem gilt auch Durkheim als einer der Begründer der Soziologie. Also dann, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal und drückt die Glocke. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.